Du, Sal, ist Sherlock Holmes eigentlich Aro-Ace? Welche Version von Sherlock Holmes meinst du? Naja, vielleicht ist auch Aro-Aro. InSpectrum, der Podcast aus der deutschsprachigen Ace-Back-Community. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von InSpectrum. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und asexuell, bin weiss, aus Österreich und verwende keine Pronomen. Hallo zusammen, mein Name ist Gets. Ich bin aromantisch und asexuell. Ich bin eine weisse Cis-Frau aus der Schweiz und nutze sie, ihr Pronomen. Mein Name ist Sal. Ich nutze Aaron Dapronom, bin weiss und ein Österreicher aus dem Schwarzwald. Ja, dann frage ich dich gleich mal, Sal, worüber sprechen wir heute eigentlich? Headcannons! Also, wir sprechen darüber, was Headcannons sind, warum sie wichtig sind und was ein paar von unseren sind. Ja, genau. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt gleich mal ankündigen und vorwarnen, dass es in dieser Folge eventuell zu spoilern für erwähnte Bücher, Filme und Spiele kommen wird. Hey, hier ist Gets. Zu den Inhalten dieser Folge habe ich noch einen Hinweis für euch. In Zusammenhang mit dem heutigen Thema sprechen wir auch über negative beziehungsweise A-Spec-feindliche mediale Darstellung von A-Spec-Charakteren. Ihr findet genauere Infos dazu in unseren Shownotes. Ja, und zu Beginn wollen wir jetzt über die Frage sprechen, was Headcannons eigentlich ist. Headcannons ist ein Begriff, das heisst mehr oder weniger Kopfkanon, wenn man den übersetzt. Und der Begriff kommt aus so Fan-Communities und bezeichnet Annahmen, die Personen, die eine Geschichte lesen, hören, sehen, über Dinge machen, die in der Geschichte selbst nicht erzählt werden. Also zum Beispiel kann es eine Eigenschaft von der Person sein, es kann sein, irgendwie ein Story-Strang, der offen ist, oder vielleicht ein Rätsel, das noch nicht gelöst ist innerhalb der Story, dass man sich da eine Theorie darüber aufstellt. Und wenn es effektiv in der Story dann explizit auch erzählt wird, in dem Moment wird das dann Kanon. Würdet ihr der Definition zustimmen, Finn und Sal? Vielleicht nicht, dass die Community im Allgemeinen das ist, sondern es gibt den Unterschied, wenn die Leute, die das produzieren, was auch immer das Medium ist, von dem wir gerade reden, sagen, es ist dann, es ist offizieller Kanon. Wenn es in der Community verbreitet wird, dann wird es ein geteilter Headcannons oder auch Fanon, wenn es wirklich sehr verbreitet ist und allgemein angenommen wird, dass das so sein muss. Und dass es dann, bei manchen Sachen wird es dann halt schwieriger, was ist, die Frage, was ist Kanon überhaupt? Weil wir natürlich, wie im Cold Open vielleicht schon erwähnt, nicht nur einen Sherlock Holmes haben. Ja, beziehungsweise von manchen Büchern, Serienfilmen haben wir auch Ableger oder sowas, wo dann nicht ganz klar ist, ist das jetzt Kanon, ist das, was der Autor, keine Ahnung, auf Twitter gesagt hat, auch noch Kanon oder ist es das nicht? Ich meine, dann gibt es Leute, die sehen das als Kanon an und andere Leute, die sehen das wieder nicht als Kanon an. Aber, und so klar sind die Linien halt nicht abgrenzbar, aber also hat man immer nur so eine ungefähre Grenze, würde ich sagen. Ja, natürlich. Und was meinen wir jetzt, wenn ihr über A-Spec hat können, sprechen? Wenn in der Community allgemein oder auch nur von einzelnen Personen angenommen wird, die Figur ist A-Spec. Ja, oder hat eine bestimmte A-Spec-Identität, je nachdem, wie genau das jetzt definiert wird. Und meistens ist das halt Headcanon und nicht offiziell bestätigt. Es kann aber natürlich auch vorkommen, Personen gehen davon aus und haben den Headcanon, die Figur ist auf irgendeine Art und Weise A-Spec und dann wird es später offiziell bestätigt. Das heißt, es ist nicht häufig, wenn Figuren offiziell bestätigt werden, dass Leute das vorher schon annehmen. Und warum braucht es so Headcanons, gerade im Bereich von A-Spec? Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, braucht es Headcanons, weil es wenig Canon-Repräsentation gibt oder also weniger Charaktere, die wirklich von offizieller Seite her, sage ich mal, A-Spec sind. Klammer auf, wir haben ja gesagt, wie blurry da die Linien sind oder die Grenzen sind teilweise auch. Und daher Lebensentwürfe und Narrative in der Form nicht sichtbar zu sehen sind. Und über Headcanons oder Annahmen, die über die Figur eben getroffen werden, wenn ich eine Figur als Ace-Spec, als Arrow oder Ace oder irgendwo auf dem Spektrum interpretiere, dann schaffe ich da für mich oder dann sehe ich da für mich eben, da schaffe ich da Raum für Narrative und Lebensentwürfe. Und das braucht es halt, weil jede Person sich ein bisschen in Geschichten wiederfinden will. Genau, und schafft dann ja auch, sobald das geteilt wird, schafft das ja dann nicht nur Raum für einen selber auch, sondern auch für andere. Also natürlich gibt es erstmal dieses für einen selber ein Headcanon haben und dann, wir hatten das irgendwie so genannt, großer und kleiner Headcanon. So wenn ich ein Headcanon für mich selber habe oder in einem kleinen Bereich und dann, wenn das irgendwie geteilt wird in der Community, quasi einen geteilten Headcanon zu haben, wo andere Leute das auch sehen können. Also vielleicht hast du nochmal zusammengefasst, es gibt sehr, sehr wenig offizielle Charaktere oder Geschichten über Personen auf einem Ace-Spec. Und ich kenne das von mir selber, dass ich dann, wenn ich zurückschaue, wie ich auch Serien und Filme geschaut habe, dass es immer wieder Momente gab, wo ich doch irgendwie das Gefühl hatte, das ist eine Person, die ähnlich erlebt wie ich. Und auch wenn das dann irgendwie nicht offiziell ist oder nur die Hälfte des Films, bis es dann irgendwie zum Kuss oder zum Sex kommt. Aber so dieser Moment, wo ja, die irgendwie eine Theorie da ist über die Identität einer Figur, auch um vielleicht Lebensentwürfe für mich selbst auch, über Lebensentwürfe für mich selbst nachzudenken. Ja, so ein bisschen, würde ich sagen, kann man es halt wirklich auch als Reaktion auf fehlende Repräsentation sehen, aber nicht nur, weil es gibt ja auch Headcanons zu Dingen, die, keine Ahnung, also es gibt einfach zu allem Headcanons, sage ich mal, ist mir gerade nicht eingefallen, zu was. Was es halt auch ist, ist eine Reaktion auf Ambiguitäten in dem jeweiligen Canon. Und das ist gerade auch bei älteren Medien sehr häufig, was alles Queere angeht, weil wir haben hier Zeiten und Orte, wo Queerness nicht ausgesprochen wird. Das heißt, manchmal sind diese Headcanons auch da, weil die AutorInnen, von denen das Queerness eingebaut haben, weil sie sie selber erlebt haben, aber nicht aussprechen konnten. Hier ist Gets, ich melde mich nochmal aus dem Off. Bei der Aufnahme hat Suri noch ergänzt, dass es eben auch so geleitete oder provozierte Headcanons gibt. Und Suri hat dann dazu auch das Beispiel Gesang und Tanz in diversen indischen Filmen gebracht, weil dort eben oft die Intimität oder auch Wünsche und Bedürfnisse nicht explizit gezeigt werden, sondern eben dann ausgedrückt werden durch Worte in den Liedern und durch Tanz. Ambiguitäten sind ja auch schon allein deswegen da, weil nicht immer alles genau definiert wird. Es ist vielleicht nicht jede Beziehung oder alles oder jede Handlung einer Figur durchdefiniert und da wollte ich vielleicht nochmal erwähnen, weil wir reden gerade die ganze Zeit schon von Identitäten. Headcanon muss ja jetzt keine ganze Identität sein. Headcanon kann auch sein, die, keine Ahnung, diese Figur begrüßt die andere mit einer Umarmung oder whatever. Aber das kann alles Headcanon sein, jede Annahme über eine Figur oder über, ja genau. Diese Person schnarrt. Genau. Und das ist halt einfach, das kann man, da finden sich auch Leute wieder oder denken auch Leute Dinge hinein. Und das ist sicher auch einfach, es fehlt offizielle Repräsentation. Es gibt absichtliche Ambiguitäten, aber es gibt einfach auch Ambiguitäten, die in Medien nicht ausformuliert werden. Und du kannst ja auch nicht alles ausformulieren, weil zum Beispiel Schreiben oder ein Drehbuch schreiben oder ein Buch schreiben oder sonst, das bedeutet ja immer auch, dass du Dinge auslässt. Es geht ja gar nicht anders und ist auch nicht gut anders in vielen Fällen. Und dann ist ja auch noch so spannend, dass dann oft Dinge, die eben in einer Geschichte nicht eindeutig sind, dass die dann unter Umständen von verschiedenen Communities auch genutzt werden, um eine Figur für sich zu claimen, für sich zu beanspruchen. Ein ganz klassisches Beispiel ist Elsa aus Frozen, die ja einerseits von der lesbischen Community für sich beansprucht wird und auf der anderen Seite viele Ace-Back-Personen davon ausgehen, dass sie eben Ace-Back ist. Ja, voll, da wird ja teilweise dann auch relativ viel gestritten immer wieder bei solchen Contested-Claims, also wenn Charaktere von verschiedenen Seiten jetzt mal geclaimed werden, sage ich. Und das ist eigentlich teilweise ein bisschen schade, weil eigentlich liegt es in der Natur von Headcanons, dass sie durchaus Ambiguitäten drin haben dürfen. Ich darf auch als einzelne Person sagen, die Figur könnte beides sein und je nach Situation nehme ich das eine und das andere an. Ja, es geht halt auch um Interpretationen und wie die Figur verstanden wird. Also ich meine, Headcanon profitiert ja, also entsteht ja auch durch Ambiguitäten. Also Ambiguitäten sind notwendig, damit Headcanon entstehen kann. Und dementsprechend fände ich es auch gut oder finde ich es auch wichtig, dann auch wieder Ambiguitäten zuzulassen, beziehungsweise mehrfache Interpretation von eben den Ambiguitäten und den Figuren. Und gleichzeitig verstehe ich schon auch emotional, dass es, wenn du so wenige Figuren siehst, die irgendwie deine, die irgendwie im Ansatzweise deine Lebensrealität widerspiegeln, dass es dann irgendwie eine starke emotionale Bindung dazu gibt und auch dafür, dass eben genau die Lebensrealität, die ich selber erlebe, auch von anderen irgendwie anerkannt wird und dass das anerkannt wird. Ja, das stimmt. Und das ist halt auch wichtig, aber es ist halt eben noch komplizierter wird es ja dann, wenn es mehr als eine Darstellung von einer Figur gibt. Bei Sherlock Holmes zum Beispiel. Genau, wir hatten im Cold Open Sherlock Holmes, wo es was weiß ich wie viele Interpretationen und Darstellungen gibt. Und dann hast du aber, dann hast du nicht nur eine Figur eigentlich. Und das, also ich meine, ich persönlich bin dann relativ gut darin, das zu trennen, aber ich weiß, dass es nicht alle Menschen so trennen und dass es nicht für alle so einen Unterschied macht. Und gleichzeitig eben das individuelle Trennen ist ja noch was anderes als, oder der Aspekt dann zu sagen, und das wäre eine super Gelegenheit, dass man mal über das, über die Lebensrealität sprechen könnte, die mir wichtig ist oder die ich erlebe, die sonst irgendwie völlig, vollkommen ignoriert wird. Und ich denke sehr stark, dass die Diskussionen, wenn sie so emotional geführt werden, sehr viel damit zu tun haben auch. Ja, ja, doch, dem stimme ich voll zu. Also das, glaube ich, das macht Sinn und das, denke ich auch, das stimmt. Ich frage mich nur, was man dann damit, also was wir dann damit machen können, weil einerseits ist es halt voll wichtig, über diese unterschiedlichen Interpretationen und Lebensrealitäten auch zu sprechen und jedem seine Anerkennung zu geben. Andererseits ist es halt auch wichtig, die anderen existieren zu lassen. Und da ist irgendwie ein gegenseitiges Stehenlassen und aushalten und bereit zu sein, auch über das andere zu sprechen, aber das andere eben auch über das eigene zu sprechen, total wichtig. Ja, und vielleicht, damit wir jetzt ein bisschen konkreter werden können, was sind denn so Figuren, wo ihr persönlich hier irgendwie so Eisberg-Vibes fühlt oder auch, wie erlebt ihr das allgemein, wenn ihr Bücher lest, Filme schaut? Finn, magst du anfangen? Ja, also ich weiß nicht, wie ich es allgemein erlebe, kann ich gar nicht so sagen, weil ich nie jetzt, ich weiß, nie Bewusstheit kennen uns gesucht habe, sage ich mal. Es gibt dann immer so Charaktere, wo ich stolpere, mit denen ich mich so identifiziere, auch auf der Ebene Eisberg zu sein, so ein Stück weit. Das wäre zum Beispiel, kein Beispiel aus einer Serie oder einem Buch, aber für mich so die Mutter aus Life is Strange 2, da trifft der Hauptcharakter dann irgendwann auf seine Mutter, die ihren Vater und sie verlassen hat, also als sie Kinder waren und dann führen die ein Gespräch, in dem ich einfach dann plötzlich ein bisschen Arrow-Vibes hatte. Und ich denke, man könnte sagen, dass ich dann die Mutter seither Arrowhead kenne, wenn man möchte. Ja, oder was mir noch spontan einfällt, ist halt Artemis aus der griechischen Mythologie, die ja oft auch als Ace-Gehad kennen wird, auch von anderen Menschen. Und was mir noch schnell einfällt, ist halt Sasuke Ushia aus Naruto, da hatte ich auch immer so ein bisschen Arrow-Vibes, vielleicht auch so ein bisschen Ace-Back-Vibes. Da gefällt mir der Gedanke auch so, auch wenn ich mich mit dem Charakter auch auf anderen Ebenen ein bisschen in der Verbindung habe, für mich. Wie ist das bei dir, Sal, vielleicht auch noch im Zusammenhang, eben gerade spezifisch mit Allo-Aro-Personen oder Figuren? Für mich ist es schwierig. Es ist halt so, dass Eigenschaften, die auf Allo hinweisen, sehr oft dämonisiert werden. Also Sex wollen, explizit, ohne sich zu verlieben, ist ein No-Go. Und da ist es halt dann auch enorm schwierig, sich in Charaktere, die diese beiden Eigenschaften aufweisen, für mich sich dann hineinzufühlen, mitzukommen. Und oft sind das Negativbeispiele von Charakteren, wo, okay, die werden eigentlich recht klar als Arrow-Alo dargestellt, aber Headcanon oder Claimen möchte ich die jetzt nicht. Ein Paradebeispiel ist Voldemort, der, als das da gesteht, wir wissen, dass er keine Liebe empfindet und eine sexuelle Beziehung hatte im Extended Material. Das ist nicht das, was ich als Headcanon haben will. Jetzt positiver habe ich oft Charaktere, wo es sehr, wo ich irgendwie so, Ambiguität, dieser Charakter ist queer, könnte Arrow sein, ich habe so Arrow-Vibes bei Bauer und Glimmer oder zumindest definitive These are queer platonic, These two people have a queer platonic relationship Vibes. Und ich glaube, bei Arrow-Alo spezifisch hat wer aus dem Off so erwähnt, als Negativbeispiel, Barney Stimson aus How I Met Your Mother. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Und Jack Sparrow aus Pirates of the Caribbean als positives Beispiel, wo ich aber auch nicht genau weiß, wer das ist, was es ein bisschen kompliziert macht, da zu sagen, ob ich Headcanons habe. Ja, das ist halt auch schwierig, weil irgendwie dieses, also keine Liebeempfinden dann oft so als total negativ dargestellt wird. Also es ist ja generell schon die, das Problem mit Arrow-Repräsentation und dann zu sagen noch, die Figur will trotzdem Sex haben, dann oft so ein, ja und die Figur nutzt jetzt andere aus oder so, was ja absolut Quatsch ist eigentlich. Genau, es ist so, als ob es inhärent respektlos wäre, sexuelle Anziehung ohne romantische Anziehung zu finden und inhärent monströs. Oder auch einfach inhärent respektlos, dass man da jetzt Sex haben will. Es ist, es ist aber, wieso? Also eigentlich könnte man besser machen, sage ich mal. Es ist auch vor allem, wenn man genau darüber nachdenkt, hat ja Respekt mit Anziehung jetzt nicht unbedingt was zu tun. Natürlich empfinden Leute sexuelle Anziehung ohne romantische Anziehung und können gegenüber Leuten respektlos sein. Aber es geht auch umgekehrt. Es geht auch mit Respekt. Es geht alle Kombinationen. Voll. Generell hat Respekt, ja ist Respekt ja jetzt nicht an Liebe geknüpft, auch egal in welcher Form. Ja. Abgesehen davon, dass wieder unklar ist, was Liebe eigentlich heißt, weil Liebe so ein Sammelsurium aus positiven Gefühlen ist, die Menschen dann irgendwie Liebe nennen oder so. Was auch immer dann rauskommt. Sorry, meine Arbeitsdefinition, weil ich es nicht verstehe. Respekt ist auch ein Sammelsurium. Ja, natürlich ist Respekt auch ein Sammelsurium, aber ich finde, es ist für mich ein konkreteres Sammelsurium. Vielleicht ist Anerkennung ein präziseres Wort. Ich weiß es nicht. Es ist wahrscheinlich jedes Gefühl irgendwie ein Sammelsurium. Jetzt. Deine Headcanons. Bei mir teilt sich das so ein bisschen auf in verschiedene Bereiche. Ich würde sagen, ich schaue teilweise spezifisch Kinderfilme und Serien, weil da Sex und Romantik oft nicht so ein grosses Thema ist. Ich würde sagen, da gibt es so diverse Figuren. Da ist immer eben, die Romantik kommt dann da eher mit rein. Aber bei vielen so Pixar-Filmen oder so für Kinder ist das so nicht ein Ding. Und da ist eben auch dieses Asexualität, die dann oft zusammengefasst wird mit Kindlichkeit oder einfach nicht erwachsen sein. Dann habe ich Figuren, die für mich selber sehr wichtig waren, wo ich aber merke, ich habe da lange dann das Gefühl gehabt, ja, wenn die einmal Sex haben, dann sind die nicht so wie ich. Und habe die dann auch komplett aus dem Aceback irgendwie rausgenommen. und irgendwie jetzt auch mit der Auseinandersetzung mit der Aceback-Community würde ich dann auch sagen, es gibt so viele Varianten darin und vielleicht sind viel mehr der Figuren, die ich da irgendwie wie immer auch rausgedacht habe, weil es dann irgendwie eine Szene in die Richtung gibt, sind dann, kann ich doch mit reinnehmen. Und dann gibt es für mich wie so noch einen dritten Teil. Das sind so Listen mit Charakteren. Das ist was, wo ich dann auch spezifisch danach gesucht habe. Es gibt im Internet findet man haufenweise so Videos und Listen, wo mit verschiedenen queeren Identitäten dann Charaktere gelistet sind. Und das war einfach auch zum Interesse herauszuschauen, was gibt es da überhaupt für Figuren? Und eben das, da habe ich dann auch festgestellt, es sind hauptsächlich Nebenfiguren. Das ist auch auffällig. Ja, das stimmt. Also ich wollte jetzt gerade noch was erwähnen, was ich vorher, glaube ich, nicht erwähnt habe. Einfach zur Mutter aus Life is Strange 2. Was ich, ich meine, ist auch eine Nebenfigur. Ganz klar. Aber was ich so cool daran fand, in dem Spiel, also beziehungsweise da dann einfach mal drüber zu stolpern, war auch, dass das eine erwachsene Person ist, die ein Leben hat, die auch tatsächlich mal eine Beziehung hatte, aber das hat für sie nicht gepasst und sie hat herausgefunden, dass das für sie nicht passt und dass das nicht ihr Leben ist. Und dann halt, der man da Jahre später darüber begegnet, dass sie dann gegenüber ihrem Sohn darüber reflektiert mit ihm und ihm das erklärt, warum sie da auch gegangen ist. Und das finde ich halt cool, weil so eine erwachsene Person ist nochmal was anderes und das ist vielleicht, weil wir haben ja vorher vor dem Take auch drüber geredet nochmal, auch mit den Leuten, die ihm oft zuhören, dass solche, und ich würde sagen, gerade so erwachsene Personen können auch manchmal, da hatte jemand gesagt, ja, das kann auch so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben und denke mir, gerade so eine erwachsene Person zeigt halt auch ein, also ich weiß nicht, ein Leben ist jetzt falsch formuliert, aber halt ein, die hat ein entwickeltes Leben, die ist erwachsen, ein Teil ihrer Entwicklung und das Ziel war zu checken, dass romantische Beziehung nicht ihr Lebensweg ist und das fand ich halt da auch sehr, sehr cool. Ja, und da eben wirklich auch in der Auseinandersetzung, für mich war das sehr wichtig, auch da Figuren zu haben, die eben nicht den Charakterbogen innerhalb der Geschichte haben, sie sind zuerst Single, dann verlieben sie sich und dann haben sie Sex und dann heiraten sie und dann haben sie Kinder und ein Haus und da irgendwie Alternativen zu haben, also von Charakteren, die eben nicht in Beziehungen leben, die sich, für die nicht ein grosser Teil dessen, was erzählt wird, mit Liebe oder mit romantischer Liebe oder auch mit Sexualität zusammenhängt. Ich glaube, da gibt es einen Unterschied zu Aro Allo, der mir gerade irgendwie auffällt, weil so Charaktere, wo ich Hinweise darauf finde, dass sie spezifisch Aro Allo sind und wo es eindeutiger eher in Richtung Aro Allo geht, statt General Aro Vibes, da war nie das Problem, dass sie nicht erwachsen sind. So jetzt, wenn ich drüber nachdenke, weil Erwachsenen sind sie schon, sie sind halt fast immer dämonisiert und so irgendwie hätte ich gerne erwachsene Leute, die keine Monster sind mehr. Voll. Eben, aber das ist auch was, warum ich, ich meine, ja, die Mutter, da ist jetzt, also ob die jetzt Allo ist oder Ace, das kann man halt auch echt nicht sagen und das ist wahrscheinlich auch, also ich meine, wenn man es sagen könnte, dann wäre es, wird sie wahrscheinlich, und das ist ja, das finde ich schade, weil dann wird sie wahrscheinlich auch nicht mehr so gut als diese positiven Nebenpersonen auch funktionieren und das ist, das sollte eigentlich nicht sein, weil halt dann oft dämonisiert wird. Oder ja, einfach diese gesellschaftlichen Wertungen fliessen ganz, ganz stark rein, wie die Geschichte eines Charakters beschrieben wird und auch, wie das dann gelesen wird und welche Zuordnungen sie, welche Rollen sie dann in einer Geschichte bekommen. In dieser Folge wollen wir natürlich auch über Ace-Back-Head-Canons und Canons sprechen und wir haben in der Vorbereitung schon eine ganze Reihe von Charakteren zusammengetragen, es gibt dazu auch online diverse Listen, die wir euch gerne dann auch in den Show Notes verlinken. Wir haben uns entschieden, jetzt für die Folge aber nicht möglichst viele verschiedene Charaktere zu besprechen, sondern möchten je auf eine Figur spezifisch und ein bisschen detaillierter eingehen. Also Sal, welchen Charakter hast du dir ausgesucht? Charlotte Lucas aus Pride and Prejudice, spezifisch aus den Büchern, weil ich habe nie irgendeinen Film gesehen. was ist so ungefähr der Charakter-Arc, also was macht diese Figur? Charlotte Lucas ist die beste Freundin von Elizabeth Bennet, der Hauptfigur und im Laufe des Romans entscheidet sie sich, Mr. Collins zu heiraten. Und was ich da eigentlich immer interessant fand, war, größtenteils trifft sie diese Entscheidung, nicht unbedingt, weil sie Mr. Collins ansprechend findet, kriegt man den Eindruck, sondern weil es finanziell eine gute Entscheidung ist, weil sie ein Zuhause haben möchte, weil sie in der gesellschaftlichen Position, in der sie ist, die Wahl hat, zwischen Heirat und Spinstertum und ihre Familie nicht zur Last fallen möchte und auch die Möglichkeit haben möchte, so ein eigenes Zuhause zu haben und das zu gestalten. und so bereit ist, dafür einen Ehemann, den sie managen kann, auf sich zu nehmen. Und für mich hatte das einfach immer unglaubliche Arrow-Vibes. Das ist, was mir bei diesem Charakter aber sehr wichtig ist, ist, dass das nicht die einzige Lesart des Charakters ist. Es gibt durchaus Möglichkeiten, diesen Charakter als lesbisch zu interpretieren oder auch allgemein einfach an nicht so an Männern interessiert. sie ist auch sehr zynisch, was Romantik angeht. Man kann natürlich auch sagen, okay, das ist ein Charakter, der einfach nur diesen Zynismus hat. Aber für mich ist halt gerade diese Einstellung gegenüber Romantik von wegen, ja, ich weiß eh nicht, wie der ist, wenn ich den heirate. Kann ich auch gleich irgendwen heiraten, weil der verändert sich eh. Irgendwas und dieses einfach, okay, und ich heirate jetzt, um ein Zuhause zu haben, hat für mich einfach Arrow-Vibes. so Arrow-Vibes aus einer gesellschaftlichen Position heraus, wo Heirat halt nicht wirklich was mit Romantik zu tun hat für diese Figur. Und wo ich auch dazu sagen muss, wir befinden uns hier um 1806, 1906, 1907, wo wir auch in einer Phase sind, wo Romantik und Heirat noch nicht so eng verbunden sind wie heute. Das entsteht gerade erst. Und wir sind auch gerade erst bei so dieser Entstehung von Liebesromanen, wo halt Jane Austens Pride and Prejudice eines der ersten richtig großen Beispiele ist. Und ich finde es auch voll spannend, dass wir da hier in diesem historischen Einblick sind in eine Gesellschaft, die nicht so funktioniert wie unsere. Magst du dich noch erinnern, wann du die Figur zum ersten Mal so wahrgenommen hast? Ich bin mir nicht ganz sicher, als Erwachsener auf jeden Fall schon. Also über 20 irgendwann. Ich bin unter 30, also nicht so lange her. Und ich fand es halt auch einfach insofern schön, eine Figur zu sehen, wo ich Ambiguitäten reinlesen durfte, weil selber auch gerade bei mir Sachen im Umbruch waren. So ein Okay, hier ist es nicht ganz klar und das ist okay so. Und bei diesem Charakter ist mir halt auch wirklich persönlich wichtig, dass es verschiedenste Lesarten gibt. Einfach dieses Nein, man kann nicht genau sagen, ist dieser Charakter Au, Lo, Aho Ace, lesbisch, mehreres davon in Überschneidungsbereichen oder Grauzonen, weil so ein bisschen, weil es nicht im Text drin ist, so explizit Und weil es auch oft einfach komplizierter ist. Und auch einfach, dass dieser Charakter einfach diese eigentlich romantische Entscheidung einfach nach dem, fast in der modernen, hätte ich das Gefühl, mit einer Checkliste treffen würde und einer Pro-Contra-Liste auf dem Contra steht, ich muss mit Mr. Collins leben, der ein langweiliger Angeber, Sondergleichnis, der die ganze Zeit seine Patronen zitiert und wie toll die doch ist. Und der eigentlich Priester ist, aber wo man das Gefühl hat, der stellt das Wort von Lady Catherine über das von der Bibel. Und einfach auch ein Arschkriecher, um es modern auszudrücken. Und für sie das aber einfach ein, okay, ja, aber er hat ein Erbe und ich bin finanziell versorgt. Und das ist einfach so ein bisschen, auch wie ich teilweise über Romantik nachgedacht habe, so wie treffen Leute diese Entscheidung eigentlich? So ein bisschen gedanklich doch mit einer Checkliste. Ich hätte halt, ich mag die Person auch irgendwie höher drauf geschrieben, aber ich lebe auch in einer anderen gesellschaftlichen Situation, muss ich dazu sagen. I feel this. Und das ist so irgendwie die Realisation, dass andere Leute das nicht aufgrund von, ich finde diese Person sympathisch und es erfüllt die Checkliste, machen. Das war für mich irgendwie so ein, oh, das ist nicht normal. Das ist eine spannende Realisation, gell? Ja. Und ich sage jetzt auch nicht, dass alle Aros das so treffen, aber das war halt mein Erlebnis. Wie kannst du ein bisschen beschreiben, wie das, du hast jetzt vor allem, ich glaube, vom Buch gesprochen, vom Lesen dieses Charakters, oder? Kannst du ein bisschen erzählen auch, wie das herausgearbeitet wird? Sind das Dialoge? Werden die Gedanken der Figur selber beschrieben? Weil sie halt eine Nebenfigur ist. Es ist sehr viel, was sie mit Elizabeth Bennet redet. Und es ist auch gerade der Kontrast zwischen ihr und Elizabeth. Ja. Es ist halt zum Beispiel wirklich auch dieses, ich kann es nicht wiedergeben, aber es ist halt ein Dialog, wo Charlotte halt einfach meint, sie kümmert sich eigentlich gar nicht so, wie ein Mann ist, bevor sie heiratet, weil der wird sich danach eh ändern. Man kann es nicht wirklich wissen, wie das sein wird. Egal, ob man jetzt eine Woche oder ein Jahr wartet. Und das ist halt auch teilweise ein Zynismus, der auch teilweise einen Anklang von einem Bewusstsein für häusliche Gewalt darstellt. Und gerade die negativen Seiten von Romantik. Kannst du das mit häusliche Gewalt nochmal ausführen? Weil ich habe jetzt, also ich habe das Buch auch nicht gelesen. Leider steht auf meiner Leseliste seit Monaten. Aber ich, ja genau. Das ist jetzt meine Interpretation davon. Und das ist im Sinne von, es ist halt ein Dialog, wo sie sagt, man weiß nicht, wer der sein wird. Und das ist halt etwas, das insofern häusliche Gewalt oder ein Bewusstsein für häusliche Gewalt anklingen lässt. Weil das ist ja auch, man weiß nicht, wie jemand hinter verschlossenen Türen ist. Wie jemand zu ihr sein wird, vielleicht auch. Genau. Genau. Und das ist kein wirklich explizites Ding. Das ist jetzt, wie ich diesen Satz interpretiert hätte, dass da ein Bewusstsein dafür auch mitschwingt. Aber das nicht der Hauptfokus ist. Was natürlich auch eigentlich der Hauptfokus ist, komme ich mit der Person überhaupt zurecht? Ja, ich sehe es jetzt. Danke. Also, ja. Und du sagst jetzt Zynismus, aber es klingt für mich auch sehr nach einem Pragmatismus. Also sehr, ja. Genau. Es ist einfach so ein unglaublicher, pragmatischer Ansatz, was Romantik angeht, der halt für mich einen gewissen Wiederhall hat. Weil ich einfach nicht realisiert habe, dass Leute das anders machen können. Danke, Zyn. Genau. Und das ist ja auch ein unglaublicher Pragmatismus. Und das ist ja auch ein unglaublicherweise, was Heirat angeht. Und es ist halt nicht wirklich verdammt. Es ist ein Kontrast zur Romanheldin. Aber es ist einfach, ja, die Situation für Frauen in der Zeit ist halt so. Für Frauen aus dieser Schicht und dieser Zeit ist das halt so, dass sie nicht viele gute Entscheidungen hat. Das ist auch etwas, was ich bei Jane Austens Romanen irgendwie mag, dass sie in dieser kleinen Bubble unglaublich kritisch ist. Das heißt nicht, dass Jane Austen nicht bei anderen Sachen teilweise auch sehr problematisch wird. Aber in dieser kleinen Bubble thematisiert sie sehr viele Sachen auf, ich finde, sehr interessante Weise. Jetzt, wenn du sagst, es war so einer der ersten Beispiele für einen Liebesroman. Wie wird denn diese pragmatische oder eben aromantische Position, gibt es da eine Wertung drin oder ist das sehr wertfrei oder wie wird damit umgegangen im Buch? Es ist Elisabeth unangenehm. Sie ist geschockt, dass Charlotte das macht. Auch weil sie es teilweise als Erniedrigung für Charlotte empfindet. Und gleichzeitig ist es aber danach, als sie die Heirat sieht, okay, es scheint für Charlotte zu funktionieren. Und es ist auch vom Titel Pride and Prejudice, Stolz und Vorurteil, eines der Sachen, die Elisabeth im Lauf des Romanen lernt, ist nicht so schnell zu urteilen. Ja, und Andersartigkeit auch auszuhalten. Nicht nur Andersartigkeit, sondern auch gerade Leute nicht zu verdammen, weil sie sie als anders wahrnimmt. Das heißt, sie trifft dieses schnelle Urteil als Hauptcharakter und wir sehen halt diese Perspektive, ist dadurch halt revidiert. Sie entwickelt da quasi einen besseren Umgang damit auch. Genau. Und es ist auch so, die Fantasie von Pride and Prejudice ist ja eigentlich bei Elisabeth und Mr. Darcy, Mr. Darcy, der sich verändert, wenn er Kritik kriegt. Und das ist etwas, was irgendwie ganz oft nicht wirklich reproduziert wird bei Sachen, die sich an das Anlehnen, weil die romantische Fantasie ist, hier haben wir einen reichen Mann in hoher Position, der zuhört. Und der, wenn er die Nachricht kriegt, du hast dich wie ein Arschloch verhalten, das nimmt, sich verändert und nicht erwartet, dass sie ihn wieder anhört. Ja, sie hört ihn dann wieder an, aber er hätte es nicht erwartet. Er hat sich verändert, weil ihm mitgeteilt wurde, du hast dich gerade wie ein absolutes Arschloch die ganze Zeit verhalten. Und das ist eigentlich auch etwas, was ich irgendwie cool finde, weil so diese Fantasie, dass jemand einem zuhört, kann ich verstehen. Und es hat so glorreiche Bemerkungen, die auch teilweise bei, wie Heirat zu der Zeit funktioniert, unglaublich schön sind. Der Anfang ist ein Beispiel dafür. Es wird universell anerkannt, dass ein unverhärteter Mann im Besitz eines großzügigen Vermögens eine Frau haben will. Und es geht dann weiter mit, das ist zumindest das, wovon alle die Mütter aus der Umgebung ausgehen, die dann ohne die Meinung des Mannes zu fragen, ihn gleich als Besitz ihrer Töchter abstempeln werden. Das ist jetzt frei aus dem Gedächtnis übersetzt und nicht ganz genau das, was er sagt. Aber es ist halt einfach so dieser Kommentar, mit dem es anfängt, wo halt Jane Austen voll über die gesellschaftlichen Erwartungen schreibt, die da mit reingehen. Und hier spricht sie halt, es sind halt die Mütter, weil es was Finanzielles ist, was die ganze Familie angeht in diesem gesellschaftlichen Kontext. Und was ich auch noch spannend finde, ist eben, dass du sagst, es ist etwas, was dich fasziniert, weil es eben in einem gesellschaftlichen Kontext funktioniert oder von einem gesellschaftlichen Kontext erzählt, der eben dieses Normative, dass die Grundlage für jede Beziehung romantische Liebe sein muss, dass das dann noch nicht gesellschaftlich so verankert ist. Genau, und das merken wir auch immer wieder. Und es gibt sehr viele Ehen, die dargestellt werden, die eben nicht wirklich auf romantischer Liebe basieren in diesem Roman. Aber es ist nicht das, dieses Fehlen an romantischer Liebe, das, woran sie scheitern. Ja, spannend. Zum Beispiel die Ehe zwischen Mr. Bennet und Mrs. Bennet, den Eltern von Elisabeth, scheitert nicht daran, dass da keine romantische Liebe mehr herrscht, sondern daran, dass sie sich einfach nichts zu sagen haben, nicht verstehen. Dass er sie immer runtermacht und ihre Sorgen ihm auf die Nerven gehen. Und dass sie nicht wissen, wie sie miteinander umgehen können. Wobei hier auch explizit geschrieben wurde, ja, sie waren aneinander verliebt. Und dass einfach das angedeutet wird, dass Sachen nicht klappen müssen, nur weil romantische Liebe da ist und dass Respekt wichtig ist, dass das thematisiert wird. Und das fand ich irgendwie auch so im ganzen Komplex als romantische Person einfach nett, weil ich muss sagen, es ist nicht das Gleiche, wie romantische Leute glücklich sehen. Aber auf alle romantischen Normen, ruhende Beziehungen in Geschichten frighten sehen, weil da so Sachen wie Respekt untereinander zuhören fehlen, ist auch irgendwie angenehm zu sehen für mich. Einfach nur, weil es nicht dieses automatische Happy End Romantik pusht. Ich sage mal, es ist halt auch irgendwie realistisch. Genau. Und gerade bei Charlotte, sie kriegt ja auch in ihrem gewissen Sinne ihr Happy End. Sie kriegt das, was sie haben will. Und es ist keine romantische Beziehung dabei. Sie kriegt das Haus, das sie managen kann. Sie muss halt mit Mr. Collins und Lady Catherine leben, was arme Charlotte, weil das war sehr schrecklich. Aber sie hat die finanzielle Unabhängigkeit, die sie haben will. Und die sie leider in dem gesellschaftlichen Kontext nur durch die finanzielle Abhängigkeit von einem Ehemann kriegt. Ich bin dafür, als Headcanon, die Geschichte geht so weiter, dass ich bald mal Witwe wird. Das ist eine gute Idee. Das ist dann auch ein Happy End für sie. Ich mag, dass das dann ihr Happy End wäre, oder? Und auf der anderen Seite finde ich aber schon auch, klar sind es heterosexuelle oder sind Hetero-Konstellationen, die in diesen Beziehungen in der Gesellschaft möglich sind primär. Und da aber eben verschiedene Varianten davon zu sehen und eben, dass da die variable romantische Liebe unterschiedlich auch gezeigt wird mit unterschiedlichen Konsequenzen. Es tut effektiv, ich glaube, ich werde wahrscheinlich nicht das Buch lesen, aber die Filme nochmal schauen und auf den Charakter noch ein bisschen genauer hinschauen. Die Filme haben halt nicht Jane Austens wundervolle Formulierung von Beschreibungen von Sachen, leider. Jane Austen hat da wirklich ein Geschick für so, wie sie Sachen durch die so wunderschön deutlich formuliert, ohne sie direkt auszusprechen. Ja, also ich werde das Buch sicher auch lesen. Vielleicht ziehe ich es mal vor auf meiner Leseliste. Aber, also ich werde es auch, ich werde es auch lieber lesen, als mir irgendwas anzuschauen. Und bei Charlotte finde ich es halt auch schön, dass sie nicht nur als Aromantiker lesen kann, sondern vielleicht auch als mehr. Als vieles. Ich lese sie halt als Aro. Also gut, kommen wir zum nächsten Charakter. Finn, wen hast du dir ausgesucht? Also ich würde sagen, wir bleiben jetzt gleich mal im 19. Jahrhundert. Ich habe mir nämlich Josephine March, beziehungsweise Joe aus Little Woman ausgesucht. Also das war kurz mal ein Roman, beziehungsweise ein zweiteiliger Roman von Louisa May Alcott. Und der mittlerweile auch schon auch filmisch adaptiert wurde, zuletzt ein Film im Jahr 2019. Es geht eben um Joe, die mit drei Schwestern eigentlich aufwächst. Und diese drei Schwestern, oder die erste heiratet dann auch, also eigentlich geht es um deren Heranwachsen. Und diese Schwestern, die erste heiratet dann eigentlich auch relativ bald. Und dieser Joe sagt ja vor allem auch das ganze Buch hindurch oder auch den Film hindurch. Und die ganze Geschichte hindurch einfach, dass sie, die will nicht heiraten und die hat einen besten Freund, aber den will sie auch nicht heiraten. Und will eigentlich Schriftstellerin werden. Und beginnt dann auch mal eben mit Schreiben, Geld zu verdienen, was gar nicht so einfach ist für eine Frau in ihrer Zeit. Und es wird dann auch, also auch in den filmischen Adaptionen dann auch sehr stark auch wieder verhandelt, wie das sie eigentlich heiraten muss. An einem Punkt in diesem Buch lehnt sie, oder warum ich sie so als Arrowhead-Canon auch sehe, oder warum sie mir als Charakter auch so wichtig ist, ist, dass sie an einem Punkt in dieser Geschichte lehnt sie einfach, lehnt sie auch einen Heiratsantrag ab, eben von ihrem besten Freund, der dann später ihre kleinste Schwester heiratet, spannenderweise. Ne, ist allerdings auch ein Mittel gewesen, um ihn loszuwerden, weil scheinbar alle erwartet haben dann, dass dieser beste Freund und Joe am Ende zusammenkommen und heiraten. Und Louisa May Alcott hat halt auch tatsächlich in einem Brief an eine befreundete Person auch geschrieben, I won't marry Joe to Laurie to please anyone. Also ich werde Joe nicht mit Laurie verheiraten, nur weil Leute das wollen quasi. Und das finde ich auch sehr cool, beziehungsweise es gibt dann auch ein Gespräch zwischen, also bevor ihre Schwester heiratet, ihre erste, also Meg heiratet, gibt es ein Gespräch zwischen Joe und Meg, wo Joe ja sagt, ja, du musst jetzt nicht heiraten, du musst das nicht tun. Wir können quasi gemeinsam weglaufen und du kannst noch Schauspielerin werden, wie du wolltest, und du musst jetzt nicht heiraten. Und Meg ist halt so, hey, ich möchte das. Und nur weil deine Träume irgendwie anders sind als meine, macht es das halt nicht weniger wertvoll, aber ist halt auch für Joe oder beim Anschauen auch so eine emotionale Szene für mich gewesen, weil ich da einfach auch viele Emotionen, ich meine, es geht dann weiter damit, dass sie halt erwachsen werden und das auch schwierig ist, aber es war halt für mich dann so, dass dieses Gefühl zu haben, wenn irgendwie nahestehende Personen auch heiraten, das war schon was, womit ich viel anfangen konnte. Und auch, ich habe gerade die Filmversion im Kopf, es gibt dann ein Gespräch auch an der Stelle, wo sie, also, es gibt dann den Moment, wo halt wie die Schwester, also die Amy, das ist die kleinste Schwester, ist da in Paris und Laurie, also ihr bester Freund, ist dann auch unterwegs und dann, kurz bevor die zurückkommen, am Redert, also Joe fragt sich dann, ob sie diesen Heiratsantrag zu schnell abgelehnt hat, weil sie sagt ja halt auch, nee, sie wird vielleicht nie heiraten und das ist dann auch schwierig und dann fragt ihre Mutter, also in der Film, ich habe gerade die Filmversion so im Kopf, weil ich den Film jetzt letzte Woche nochmal geschaut habe, ist immer wieder schön, auch wenn es sicher, es gibt auch viel daran zu kritisieren, auch am Buch, aber grundsätzlich, ich finde es immer wieder schön zu sehen oder zu hören oder zu lesen, fragt die Mutter, sie teilt sie das mit ihrer Mutter und die fragt sie halt, ja, liebst du ihn, also do you love him und sie sagt dann ja, also ich versuche das jetzt gleich frei zu übersetzen, ja, wenn er zurückkommt, dann denke ich, würde ich ja sagen und die Mutter fragt sie dann, ja, aber liebst du ihn und sie sagt, naja, es ist mir wichtiger, dass ich geliebt werde, als ihn zu lieben und ich weiß nicht, ich fand dieses und die Mutter sagt, ja, das ist, es ist aber nicht dasselbe und ich fand das, das fand ich auch sehr interessant mal als Gespräch zu sehen, so in der Form, auch wenn das jetzt nicht heißt, dass sie auf keinen Fall irgendwie eine Beziehung eingehen könnte, weil sie jetzt den nicht romantisch liebt oder so, aber für sie, würde ich sagen, heißt es das in dem Moment und ich fand das auch sehr interessant, solche Szenen mal zu sehen, auch diesen abgelehnten Heiratsantrag und diese Situation, die, ich weiß nicht, ich das Gefühl habe, wo ich das Gefühl habe, dass oft fokussiert wird auf die Emotionen von der Person, die gerade abgelehnt wurde oder so und da dann zumindest in die, auch die Emotionen von Joe irgendwie zu sehen. Das kann ich sehr gut verstehen, weil das ist eigentlich extrem selten. Und das war, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon sehr, es hat mir sehr viel bedeutet, sage ich mal. Und ich hätte es halt von mir aus, wäre ich wahrscheinlich nie darauf gestossen, aber ja. Magst du dann ein bisschen mehr zu erzählen, wie du darauf gestossen bist oder wo und in welchem Kontext du dem zum ersten Mal begegnet bist? Also, ich habe Freunde, die Schauspiel- bzw. Musical studieren und da auch immer noch aktiv Musical spielen. Und ein Freund von mir hat, dessen Theater-Musical-Gruppe hat eine Adaption von Little Woman gespielt und er hat mich halt eingeladen, ob ich zuschauen kommen möchte zu einer Aufführung. Und dann bin ich halt zu der Aufführung gefahren und ich habe mir eigentlich jetzt nicht so viel erwartet. Also, er hat halt den Ehemann einer der Schwestern gespielt bzw. den Geliebten der Schwester, die relativ früh stirbt, als von Beth. Und ich dachte mir, ja, ich schaue mir das halt an. Und ich bin eigentlich ohne viele Erwartungen hingegangen und wollte halt einfach, ich bin, ich muss sagen, auch wenn ich Musical gespielt habe, eine Zeit lang in der Musical-Gruppe, ich bin nicht so der Musical-Fan. Es hat Spaß gemacht, aber es war nicht so meins. Aber ich dachte mir, ja, interessant, schaue ich mir an. Ist halt was, was ein Freund macht. Ist, ja. Und dann haben sie halt dieses, das Stück gespielt, halt eine Musical-Adaption, die wahrscheinlich auch, also ich schätze mal, stark auch mit der Verfilmung von 2019 zusammengehangen ist, dass die, also, dass die werden sie wahrscheinlich als Source-Material auch hinzugezogen haben, aber war halt nochmal ein bisschen anders und mit leicht und mit anderen Schwerpunkten und anders eingebettet. Und dann kamen diese Szenen und diese Geschichte und es war halt in dem Moment für mich einfach auch mega stark und unerwartet. Und ich habe ihm nachher auch gesagt, ja, es ist für mich relativ krass war, weil ich selten so eine Identifikation mit einer Figur habe oder haben kann, die ich irgendwo wahrnehme. Und das war quasi mein erster Kontakt mit Little Woman als Welt, Buch, Film, andere Adaption. Und es ist da eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch wirklich die Hauptfigur. Ja, das ist die Hauptfigur tatsächlich. Dann, weil wir jetzt bei Cold Open ja auch bei unterschiedlichen Versionen von Filmen waren, was sind denn eigentlich die Unterschiede zwischen der Filmversion und der Buchversion, die dir noch im Kopf sind? Und auch bei der Interpretation, was, ich glaube, hier Aro und Ace-Headcannons angeht? Ja, also wahrscheinlich kann sie auch gut ein Ace-Headcannon sein. Also der prägnanteste Unterschied ist halt, dass Alcott Joe in den Büchern am Ende dann schon verheiratet. Und zwar an einen älteren Professor. Sie gibt dann auch Schrift, also sie gibt Schriftstellerei nicht ganz auf, aber sie kriegt zwei Kinder und es wird quasi mehr ihre Freizeitbeschäftigung. Und in den Adaptionen, also vor allem in den neueren Adaptionen ist das halt nicht so, weil, also unter anderem auch, also der Film von 2019 macht das, glaube ich, finde ich ganz gut, weil da eben auch auf das Leben von Louisa May Alcott reflektiert wird und da Dinge herausgenommen werden, weil es nämlich so ist, dass Louisa May Alcott hätte Joe gerne unverheiratet gelassen. Aber ihre Publisher und Verleger haben quasi darauf bestanden, dass ein weiblicher Charakter in einem Buch am Ende verheiratet ist. Und dementsprechend hat sie dann ein Ende geschrieben, das auch relativ, es ist nicht ganz zufriedenstellend, weil, und passt auch nicht ganz in die Struktur, beziehungsweise es war auch für Fans seither immer, also was heißt immer, ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gab, die das zufriedengestellt hat, aber es war immer relativ unzufriedenstellend, weil sie halt dann eben nicht Laurie heiratet und Leute halt erwartet haben, dass sie diesen Charakter heiraten, dass die zwei heiraten und zusammenkommen und in dem neuen Film haben sie das dann quasi so gelöst, dass es zwei Enden gibt. Also grundsätzlich läuft das Ganze auch so in der Rahmenhandlung, dass sie schreibt quasi dann ein Buch über ihr ganzes Leben und das ist dann das Buch, das sie da veröffentlicht, am Ende von ihrer Geschichte auch und das ist dann eben Little Woman und der Film hat dann quasi zwei Enden, nämlich einmal das Ende, wo sie dann durch ihren Verleger gedrängt eben schreibt, dass diese Jo, also dass die Jo verheiratet wird und einmal das Ende, wo die Jo eben das Buch hinbringt und aber in Wahrheit hat sie nicht geheiratet und das ist nur der Charakter in ihrem Buch, der geheiratet hat und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Adaption. Wie wird das denn mit der Heirat im Buch wie eingeleitet? Ich kann mir vorstellen, wenn das so wie, also wirkt das irgendwie konsistent im Ganzen drin? Kommt es dann auch, ist es auch so eine, also verliebt sie sich dann Hals über Kopf irgendwie am Ende oder wie funktioniert es da, das verheiratet werden? Ja, also ich kann es gar nicht so, also ich weiß gar nicht genau, wie ich es interpretieren soll. Ich finde schon ein bisschen, es hat halt so einen Bruch auch, also es ist dann schon was, man kann es schon so interpretieren, aber es passt halt nicht ganz, weil sie sagt halt davor die ganze Zeit, sie wird nicht heiraten, also sie verliebt, also es ist halt der, den sie heiratet, das ist halt ein Professor, der halt auch ihre Sachen liest und auch kritisiert, sage ich mal. Und es ist halt, komm, in diesem Bruch mit ihrem Charakter eigentlich, ich meine, sie ändert dann halt ihre Meinung, weil sie sich entscheidet, ja, sie heiratet jetzt doch, nachdem sie halt Romantik auch, also dieser Laurie, ihr Kindheitsfreund, der macht ihr länger romantische Avancen immer wieder und sie ist dem absolut, ich glaube sie, also ich würde sagen, sie bemerkt es gar nicht in meiner, also ich meine, man kann natürlich sagen, sie bemerkt es absichtlich nicht, wenn man es so interpretieren will, aber ich würde sagen, sie bemerkt es einfach auch nicht. Und dann ist da quasi so ein Bruch und eine Meinungsänderung und, ja, sie heiratet ihn dann. Und es ist aber eben, es wird nicht irgendwie dann schwelgerisch werden ihre Gefühle beschrieben oder so, weil das finde ich, das ist manchmal auch etwas, was passiert, dass dann plötzlich so, dass dann plötzlich, oder so die Storyline von den Richtigen finden oder die Richtige finden, also die Richtige Person finden, so dass dann die Gefühle kommen, was ja vielleicht durchaus vielleicht für Personen auf dem asexuellen oder aromantischen Spektrum auch eine Repräsentation sein kann, aber es ist ja doch auch immer wieder in diesem normativen Training. Also, zwei Sachen. Das eine ist in dem Fall, es ist schon, es ist nicht so, als würde das gar nicht existieren, aber ich denke, dass Louisa May Alcott sich auch immer bewusst war, dass ein unbefriedigendes Ende ist und das schlägt auch so ein bisschen durch. Ich werde jetzt den Film referenzieren, weil der, weil es da vielleicht, also es ist auch nur eine kurze Szene, da kommt dann der Professor zu Besuch nochmal und fährt dann weg und ihre Schwestern und ihre Familie sagen, ja, der bittet doch darum, dass er bleibt und dann läuft sie, also dann machen sie die Pferde fertig und sie läuft ihm nach und dann ist es schon sehr, und der Publisher findet das dann auch sehr romantisch und so, während in dem zweiten Ende Joe daneben sitzt und sich denkt, es ist, ja. Und, aber was ich noch sagen, das ist das eine, und was ich noch sagen wollte ist, das, weil wir ja hier, also das sehe ich jetzt weniger bei Little Woman, aber man könnte es in anderen Repräsentationen so sehen. Auch wenn ein Charakter weitgehend keine, also keine romantischen Gefühle hat oder empfindet oder sexuellen Gefühle, wie auch immer, kann dieses plötzliche oder den richtigen Finden unter Anführungszeichen, ich würde es nicht den richtigen Finden nennen, immer noch Repräsentation sein für Menschen auf dem aromantischen oder asexuellen Spektrum, die unter bestimmten Umständen, zu bestimmten Zeitpunkten dann doch auch mal romantische Anziehungen finden. Also ich meine, es braucht ja nicht nur, also ich kenne wenige demiromantic oder demisexuellen Headcanons, aber, ich meine, wir reden hier von Headcanons jetzt sehr auf Aromantik und Asexualität als extrem gesprochen, also extrem, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt, es kann durchaus auch mal ein Charakter, da keine Ahnung, könnte durchaus mal ein Charakter auch demiromantisch oder demisexuell sein. Wie gesagt, versehe ich jetzt bei Joe gerade weniger, außer vielleicht im Buch, also im Buch vielleicht eher, es wäre halt nicht meine Interpretation direkt. Und halt auch mit dem Hintergrund, dass Alcott sie eigentlich nicht verheiraten wollte und das mehr oder weniger aus Muss gemacht hat, ist es halt noch mal für mich ein bisschen anders, aber eine Möglichkeit wäre es, die Charaktere wären ja deswegen nicht vom Aceback weg. Ja, und gegen Demi würde auch sprechen, dass sie eben den besten Freund, dass sie sich in den nicht verliebt, gerade, obwohl er sehr viel näher ist. Ja, wobei Demi ist sich auch nicht in alle ihre guten Freunde verlieben. Absolut. Ja, nee, aber stimmt schon, weil sie dessen Heiratsantrag ja explizit auch ablehnt. Ich meine, wir sind hier immer noch zu einer Zeit, wo Romantik und Heirat nicht als deckungsgleich angenommen wurden. Sollten wir vielleicht auch dazu sagen. Genau, und was auch verhandelt wird, relativ stark, also in diesem Film dann und immer noch in neuen Adaptionen dann halt auch sehr stark herausgestrichen ist. Und was Louisa May Alcott dann in späteren Büchern auch explizit verhandelt, oder zumindest einmal verhandelt, ist die Möglichkeit von einer Frau auch nicht zu heiraten. Halt jetzt nicht in Little Woman, weil da heiratet sie ja dann am Ende doch und ja, im Buch. Aber gerade in den neueren Adaptionen und ich glaube in, ich weiß gar nicht in welchem Buch, ich glaube in Joe's Little Boys, verhandelt sie das dann auch eben, dass das eine Möglichkeit ist. Und der Film setzt sich damit halt dann auch auseinander, weil das eben, dass das eben zu der Zeit noch schwierig war. Und ich meine auch heute, ich würde jetzt mal sagen, sogar heute auch noch auf eine andere Art und Weise schwierig ist. Nicht nur in der Form, dass es keine Option ist, aber in der Form, dass, wenn du als Person, oder wenn ich als Person weiblich gelesen werde, solange das der Fall ist, Menschen zu mir sagen, ja, irgendwann wirst du deine Meinung ändern, wenn ich sage, ich werde vielleicht nie heiraten oder von mir erwartet wird, dass ich heiraten möchte oder so Spaß. Willst du nicht kochen lernen, damit du irgendwann mal deinem Mann was kochen kannst? Oh wow, ja, ja, ja. Es gibt bessere Gründe, kochen zu lernen. Ich meine, mein Beispiel, mein Extrembeispiel ist mal, ist, dass mir mal in einem Zugabteil, während ich mich mit, oder das ich immer bringe, ist, dass in einem Zugabteil, während ich mich mit einer, also ich habe im Zug eine Person kennengelernt, auf einer längeren Fahrt zwischen Mailand und Wien, die auch, also, die auch kein Interesse an Familiengründung und Kindern hatte und wir hatten uns unterhalten und bei uns im Abteil saß ein wildfremder Mann, der mich dann irgendwann mal im Laufe des Abends angeschaut hat und mir zu verstehen gegeben hat, frei übersetzt, was ist eine Person, äh, was ist eine Frau, die keine Kinder will? Und der offensichtlich die Notwendigkeit sah oder die, das Recht sich herausgenommen hat, mir das so zu sagen, abgesehen davon, dass ich keine Frau bin, aber das ist ein anderes Thema, das habe ich ihm dann nicht erklärt. Das zeigt für mich auch ganz, ganz stark eben, wie wichtig, dass es eben ist, dass es nicht nur Headcannen gibt zu den Sachen, sondern effektiv auch Kennen. Also, dass es Dinge gibt, wo es eben explizit so benannt wird und dann nicht nur benannt und exotisiert wird, sondern benannt und auch als etwas, was in Ordnung ist und was auch seine Normalität hat, beschrieben wird. Und ich denke, da kann eben auch die Diskussion über Headcannen oder über Figuren dann eine gewisse Vorarbeit leisten, wenn diese, ähm, wenn sie auch ein Stück weit ein bisschen verbreitet wird oder ein grösseres Publikum kriegt. Ja, klar, weil wenn wir uns über Figuren unterhalten und darüber reden und über diese Erfahrungen reden, dann Menschen vielleicht feststellen, ja, wir könnten das auch explizit machen oder das könnte eigentlich auch explizit sein. Wir hatten ja vorher auch schon, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass bei Figuren, die dann irgendwann Canon-A-Specs sind, vorher schon Spekulationen und Gespräche drüber gab. Und gerade wenn wir, ähm, wir, und das andere ist, wenn wir uns über Headcannen unterhalten und über darüber, wie wir Narrative und verschiedene Figuren interpretieren, dann zeigt das auch, hier ist ein Bedarf da. Also, wenn die Unterhaltung nicht da ist, dann, ja, dann vermutlich auch weniger Bedarf. Oder dann wird weniger Bedarf gesehen. Das heisst ja nicht, dass der Bedarf nicht da ist. Ja, und auf der anderen Seite, ähm, das ist auch was, was wir über, äh, darüber ein bisschen in der Vorbereitung gesprochen haben, ist dieser Aspekt von, von Queerbaiting, also, ähm, dass Figuren gezielt, ähm, für eine bestimmte Community auch entwickelt werden, ähm, einfach um, um, ähm, um damit irgendwie den Verkauf zu steigern zum Beispiel. Und da sind es ja auch, auch oft dann irgendwie recht unbedeutende Nebenfiguren oder, oder, äh, ja, ähm, wo, 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 wo das auch, ähm, dann explizit gemacht wird. Ja, beziehungsweise das dann explizit, also explizit zieht einer Person diese Identitäten zu geben oder eine Identität zu geben, ähm, egal ob sich das jetzt auf queere Identitäten oder andere Identitäten zieht, ähm, beugt ja auch, also gerade bei queeren Identitäten, das würde ja auch Queerbaiting ein Stück weit vorbeugen, weil du ja halt dann quasi explizit hast, dieser Charakter ist das oder hat diese Identität und dann spielst du ja nicht mehr, also dann, das Ding mit, bei Queerbaiting ist ja auch, dass diese Charakteren in Wahrheit nicht explizit queer sind am Ende. Aber es nur so ein bisschen angedeutet wird und dann eben verschiedene Communities, die für sich kleiden können, so in die Richtung. Ja, genau. Nicht mal nur das, sondern gerade bei Queerbaiting ist es ja auch so ein lauter Hinweise, dass sie queer sind bis zum Ende, wo sie es doch nicht sind. Ja, genau. Und dann manchmal auch explizit nicht sind. Mhm. Oder entweder das oder eine Bestätigung in letzter Minute auf eine Art und Weise, die extrem unbefriedigend ist. Das ist die andere Variante. Ja, oder auch so hinterher, also manchmal auch so da hinten nach und dann irgendwie mehr, um wie etwas mehr Relevanz zu geben oder irgendwie so. und die Figuren sind aber gar nicht so irgendwie nicht hilfreich für die Community so gezeichnet zum Beispiel. Ich finde das, den Begriff Baiting halt in dem Zusammenhang auch gut, weil es wirklich halt darum geht, die Figur interessant zu, oder das Medium, das Ding, die Produktion interessant zu machen für queere Personen, aber dann halt nicht wirklich die Repräsentation zu geben, die es eigentlich bräuchte und diesen Charakter nicht wirklich als queeren Charakter zu produzieren. Wobei ich hier jetzt gerade bei Queerbaiting als Begriff ein bisschen eine Linie ziehen würde zwischen Queerbaiting und bewusster Ambiguität, die gerade in älteren Medien auftaucht, wo es kein Queerbaiting ist, weil sie teilweise nicht sagen durften, dass der Charakter queer ist. Beziehungsweise, dass nicht unbedingt AutorInnen selbst so ganz bewusst war. Queerbaiting ist etwas, was sich halt auf die Moderne bezieht. Ja, beziehungsweise ist Queerbaiting halt auch immer was Bewusstes und Ambiguitäten, die gelassen werden, sind nicht immer bewusst. Also wenn auch, eventuell ist halt das Love Life von einem, ich meine, schön, weil es ist cool, wenn ein Charakter mal nicht auf sein Love Life irgendwie die ganze Geschichte gezentert hat, also zentriert hat, aber mitunter kann das auch einfach mal nicht vollkommen ausformuliert sein, sage ich mal. Gerade bei einem Nebencharakter vielleicht auch. Das ist dann vielleicht nicht immer bewusstes Queerbaiting. Also was heisst vielleicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann nicht immer ist. Weil Ambiguität ist manchmal auch einfach Ambiguität. Und ich denke eben, es ist auch oft nicht ganz so klar, also es gibt immer wieder diese Diskussion darüber, sind jetzt bestimmte klischeehafte Darstellungen zum Beispiel, sind die genutzt worden, weil man besonders ein kürtes Publikum ansprechen wollte, um damit Geld zu machen. Das ist häufig auch als Person, die das schaut oder liest oder hört, nicht so ganz eindeutig zu klären. Aber ich denke, es ist gut zu wissen, dass es das auch geben kann. Und das hält mich aber dann nicht zwingend davon ab, dass ich die Figur toll finde oder mich in der Figur sehe oder so. Um zu Jo zurückzukehren so ein bisschen, da sind ja auch lauter Ambiguitäten in der Figur. Und die sind auch absichtlich. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich noch gerne einen Kommentar einfließen lassen, den wir aus dem Off von einer demiromantischen Person bekommen haben. Oder genauer gesagt von Noir. Und zwar hat Noir auch Headcanons. Und zwar wären das Edward Elric und Winry Rockbell aus Fullmetal Alchemist Brotherhood. Edward Elric ist einer der Hauptcharaktere und Winry ist eine Kindheitsfreundin von ihm auch. Und im Laufe der Zeit entwickelt sich zwischen den beiden auch eine Beziehung, allerdings sehr langsam. Und dann müssen sie auch erst einmal darauf gestoßen werden. Die Serie basiert auf einem Manga. Aber Noir meinte jedenfalls, dass sie diese beiden auch als Headcanons für Demiromantik und eventuell auch für Demisexualität gesehen oder genommen werden können. Ja, und ich finde das eigentlich gut, weil ich finde, wir hatten jetzt eh schon sehr viele einfach Aro und Ace-Head-Canons und ein Demi-Head-Canon passt da jetzt auch nochmal. Sehr schön. Und dann möchte ich auch gleich weitermachen und dich fragen, Gertz, welche Figuren oder Figur du dir denn ausgesucht hast? Also ich bringe ein Franchise mit, mit ganz vielen Figuren, und zwar Star Trek. Und da werde ich insbesondere über Data sprechen. Star Trek hat ursprünglich als Serie von Gene Rottenberry angefangen, ich glaube so in den 60ern, wenn es mir recht ist. Und da gab es eigentlich nur so zwei Staffeln von. Vielen ist da von dieser Serie Spock bekannt. Spock ist ein Vulkanier, und Vulkanier sind eine Spezies, also es ist eine Science-Fiction-Serie, in der auch verschiedene ausserirdische Lebensformen vorkommen. Und eine solche Spezies, die da vorkommt, sind die Vulkanier. Die legen sehr viel Wert auf Logik, wobei eben da grundsätzlich in der Philosophie, die die haben, Emotionen unterdrückt werden. Die Vulkanier und Spock zum Beispiel, da ist es so gezeichnet, dass die irgendwie alle fünf Jahre, glaube ich, einmal Paarungszeit haben und dann irgendwie durch eine Berührung mit dem Finger die Paarungszeit abschliessen. Und das ist so alles, was an Sexualität da auch irgendwie gezeichnet ist bei den Vulkanien. Und eben jetzt gerade schon in der frühen Serie, da gab es ganz, ganz viel Problematisches dran. Rassismus ist ein Thema, auch Queerfeindlichkeit ist ein Thema. Aber es gab da eine grosse Bemühung darum, immer wieder Vielfalt zu zeigen. Und ich selbst bin mit der Next Generation aufgewachsen. Also es gab dann ein Reboot nach verschiedenen erfolgreichen Filmen, gab es dann ein Reboot in den 90ern, wo dann verschiedene Serien auch gelaufen sind. Und unter anderem gab es da die Serie Star Trek The Next Generation. Da gehören Figuren dazu, wie der Käpt'n Jean-Luc Picard. Es gab dann Riker, es gab Data, Diana Troy und so weiter. Einfach, um euch ein bisschen Orientierung zu geben. Und für mich war damals die Figur Data, respektive die Story um ihn herum und die Gespräche, die mit ihm geführt wurden, war, glaube ich, sehr wichtig, auch in der Akzeptanz meiner eigenen Andersheit und eben auch in Bezug auf Asexualität und Aromantik. Data ist ein Roboter. Das spielt so ein bisschen in das Stereotyp auch rein, auch mit Spock zum Beispiel, den Vulkanien. Dass das wie so Gegenentwürfe zum Menschsein entworfen, also als Gegenentwurf zum Menschsein wird, wie Asexualität und Aromantik da erzählt. Was absolut problematisch ist. Und doch sind es halt frühe Erzählungen davon, denke ich. Oder für mich so die ersten Erzählungen davon, die ich bewusst auch wahrgenommen habe oder wo ich zum ersten Mal damit in Begegnung gekommen bin. Data ist ein Android, also ein Roboter, der aussieht wie ein Mensch und auch denken kann. Und da wird immer wieder in der Serie auch seine Menschlichkeit verhandelt. Es gibt da Leute, die ihn nicht als Person anerkennen. Und Data spricht auch manchmal so aus der eigenen Perspektive. Oder er beobachtet sein Umfeld und die Menschen und anderen Wesen um ihn herum sehr genau und beschreibt dann auch sein Fremdheitsgefühl oder fragt sehr genau nach zum Beispiel, wenn es so um das Thema Romantik, Liebe und Sexualität geht. Und das war für mich so, obwohl dieses Fragen sehr was Kindliches hat, was auch wieder so in den Stereotyp reinspielt, war diese Fragen so ein Ort, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, wie Menschen sowas tatsächlich erleben und auch dann die Reaktion insbesondere vom Käpt'n dieses Androiden, der im Grunde ein Angestellter auf so einem Raumschiff war. Dieser Käpt'n ist ihm in dem drin immer sehr respektvoll begegnet. Und das war, glaube ich, etwas, was für mich sehr wichtig war, eine Utopie zu sehen davon, dass Wesen mit ganz unterschiedlichen oder Personen mit ganz, ganz unterschiedlichen Identitäten, Fähigkeiten, Bedürfnissen, Weltsichten irgendwie friedlich zusammenleben können und miteinander in einer Art und Weise umgehen können, die respektvoll ist und die auch irgendwie den Wert dieser einzelnen Personen auch wirklich hochhält und auch ausarbeitet. Vielleicht auch, was mir jetzt auffällt, also es ist jetzt auch ein bisschen eine Frage an dich, wie du das siehst, weil aber von dem, was du jetzt erzählt hast, vielleicht auch, dass dieses Fragen stellen oder Fragen über Unterschiede stellen und das auch beantworten und respektvoll beantworten dann auch in Ordnung ist. Absolut. Also jetzt nicht nur die Unterschiede selbst, sondern einfach auch das Fragen stellen und der Austausch wichtig ist vielleicht. Genau. Und auch das Nicht-Konform-Sein oder überhaupt, das ist wie ein Universum, in dem es nicht so richtig eine Konformität gibt. Es ist so viel Vielfalt da und diese Vielfalt ist immer wieder Thema. Es ist nicht so, dass über diese Vielfalt, dass die irgendwie versteckt werden muss. Und ich denke, das ist jetzt gerade, in den letzten Jahren kamen noch wieder neue Serien raus und da machen sie auch ganz, ganz viel in die Richtung. Auch da gibt es wieder einen Charakter jetzt in einer Comedy oder eher komödiantisch angelegten Zeichentrick-Serie von Star Trek. Also bei Lower Decks gibt es diesen Charakter Billips. Der kommt aus einer Gesellschaft, also er gehört dort irgendwie zur Königsfamilie und dort ist es, damit man König werden kann, muss man in einer Partnerschaft sein und dringend Sex haben, weil es damit wie festgelegt wird. Und der lehnt das immer ab und es gab dann in der letzten Staffel gab es so einen Moment, wo sie ihm irgendwie wie so alles Mögliche angeboten haben, dass er sich effektiv jetzt für irgendwas entscheidet und effektiv Sex hat und da hat er das auch sehr klar abgelehnt. Und es wurde lange so darüber diskutiert, dass das vor allem Zölibatär ist, also dass er das aus Überzeugung macht und in dieser Sequenz hatte ich da aber doch das Gefühl, dass es eben weit darüber hinaus geht, also dass es auch etwas ist, was er sich für sich selbst einfach nicht vorstellen kann. Und da würde ich eben auch so, oder da habe ich auch schon von recht zu Beginn an recht so ROAs-Vibes auch gehabt. Also wenn ich dich fragen darf, weil du gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, es ist einfach etwas auch, was er sich nicht vorstellen kann, was er jetzt eben zu diesen Entscheidungen und zu der Ablehnhaltung auch für sich selber führt. Kannst du genauer darauf eingehen, warum du das Gefühl hattest? Also es wird nie gezeigt, dass er irgendwie eine Form von Erregung spürt, eher im Gegenteil. Es gibt da auch so eine gewisse Aversion gegen Sex, was ja nicht zwingend ist für asexuelle Menschen, aber es wird das mal so gezeigt und insbesondere auch bei einer männlichen Figur. Ich glaube, für mich war ein wichtiger Punkt, war das Gefühl von auch, dieser Druck, der ausgeübt wird auf ihn von der Familie oder von der Gesellschaft, darauf das zu haben. Und er flieht dann in die Sternenflotte, also diese Organisation, wo eben ganz viele unterschiedliche Personen zusammenarbeiten und um eben dem ein Stück weit zu entgehen. Er ist da Ingenieur und das, was er toll findet, ist einfach den Maschinenraum und den Warpcore, also den Antrieb dieses Schiffes. Um jetzt kurz auf Data zurückzukommen, eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, ist bei so, ich kenne StarCard nicht. Und so dieses Hinterfragen, dieses als kindlich dargestellt werden, dieses Verhandeln wird, was ist denn Mensch und auch Roboter. Data hat auch Autistic Hat-Canons, oder? Absolut. Das ist generell auch was, was ich in der Vorbereitung schon mal gesagt habe, dass mir ja auffällt, dass viele Autistic Hat-Canons auch, also viele Charaktere, die Ace-Back-Hat-Canons sind, an irgendeinem Punkt auch mal Autistic Hat-Canons sind. Oder dass sich diese Listen durchaus überschneiden, sage ich mal. Ja, ja. Und da eben schon auch, halt immer auch die Frage, oder jetzt bei sehr vielen Charakteren ist es so, dass sie dann irgendwann, in Anführungs- und Schlusszeichen, erlöst werden, oder was auch immer, und dann doch fähig sind, irgendwie eine Beziehung zu führen. Und das wurde auch, oder irgendwie, sexuell aktiv zu sein, was ich finde, also ein klassisches Beispiel darüber, dafür ist Shelton Cooper zum Beispiel. Dieses Kindliche hat dann, oder wird dann auch oft genutzt, das haben wir vorhin auch diskutiert, dass es eben auch immer wieder zur Belustigung genutzt wird. Und ich finde aber, für mich selber war, auch wenn das vielleicht vor allem ein Unterhaltungselement war, wurden da Fragen gestellt, oder gab die Tatsache, dass so eine Figur da war, gab die Möglichkeit, dass andere Figuren Dinge explizit machen konnten, die ich in meinem Alltag nicht verstand. Also es wurden Dinge explizit angesprochen, oder mir wurden Dinge erklärt, die ich in anderen Serien nie gesehen habe. Und bei DataWard zum Beispiel für mich, dann hatte ich damals recht, auch Schwierigkeiten, damit es gibt so, es gibt eine Folge, wo er Sex hat mit Tasha Yar. Das ist ein anderer Charakter. Und die Person, die stirbt dann später. Also relativ kurz darauf, glaube ich sogar. Und für mich war das dann irgendwie so, ah nein, der ist doch irgendwie hetero. Und jetzt, wo ich mich ein bisschen tiefer mit dem Maceback auseinandergesetzt habe, ist die Art und Weise, wie es gezeichnet wird. Also da geht es nur um die Funktionalität und es geht nur um seine Neugier eigentlich, das mal auszuprobieren. Und danach kommt nie wieder vor, dass das für ihn ein Thema ist, dass ich das absolut noch in die Asexualität, und zwar in relativ, also relativ weit im schwarzen Spektrum und nicht unbedingt im grauen Spektrum einordnen würde. Und die Art und Weise auch, wie dann, also es kommt dann im Verlauf der Serie immer wieder auch Situationen vor, wo zum Beispiel ein Bild von Tasha Yar gezeigt wird, oder wo irgendwie darauf angespielt wird, dass das eine Beziehung war, die für Data wichtig war, aber es wird nicht wirklich als Liebesbeziehung gezeigt, sondern als eine starke Bindung vielleicht. Das klingt cool. Und weit über das hinaus halt, was in Bezug auf nur Asexualität oder Aromantik geht, es wird so, anhand davon zu denken, es gibt ganz unterschiedliche Welten und ganz unterschiedliche Arten und Weisen wahrzunehmen und zu erleben, werden ganz, ganz viele Lebensweise und Erfahrungsweisen dann wird mit dem experimentiert, auch ganz unterschiedliche Formen von, von, wie Patenschaften gelebt werden oder so werden dann, es wird immer halt wie ein Stück weit stereotypisiert, aber das wird, indem das es dann irgendwie wie eine Eigenschaft ist von der Spezies oder was immer, aber es werden so Möglichkeiten gedacht und man lernt oder ich habe dadurch sehr stark oder sehr viel darüber gelernt, auch Vielfalt zu denken und es war wie ein Modell für mich, wie Menschen positiv mit Vielfalt umgehen können und ich glaube, als das hat es mich stark geprägt. Das finde ich auch voll cool, weil so wenn eine Serie oder also generell eine Produktion so auch so eine Wirkung hat. Das zeigt ja auch, wie wichtig es dann auch wieder ist, Vielfalt zu zeigen und Diversität, auch wenn es natürlich wie immer auch immer Dinge gibt, die noch besser gemacht werden können oder könnten. Sachen müssen nicht perfekt sein, um wichtig zu sein. Ja, beziehungsweise hat halt auch dieses Kindliche an bestimmten Orten, ich meine, es ist dann immer die Frage, welche Charaktere werden kindlich dargestellt und welche nicht, das ist dann immer eine schwierige Frage, aber ich finde, es hat auch an bestimmten Orten dann auch wieder seinen Platz oder ich meine Kindlichkeit, also einerseits finde ich schade, dass Kindlichkeit automatisch irgendwie schlecht ist oder irgendwie unerfahren oder irgendwie unreif oder irgendwie also lauter so negative Sachen, weil Kindlichkeit, Kinder können total viel, Kinder sind der Wahnsinn teilweise. Ich glaube, in dem Aspekt geht es relativ stark halt hier darum, dass die Entscheidungsmöglichkeit oder die Möglichkeit, die Mündigkeit relativ stark abgesprochen wird. Ja. Oder eben, und das ist jetzt nicht das Kindliche, sondern mehr in Bezug auf den Roboter, halt diese Frage nach der Menschlichkeit. Dadurch, dass es so offensichtlich in Szene gesetzt wird und der auch ganz klar nicht menschlich ist, war das für mich auch eine Möglichkeit, zu merken, ich wäre, also, zu sehen, da gibt es eine Figur, die ist nicht menschlich und die bekommt die Charakteristika, die mir so nahe sind, dann auch zu verstehen, dass Dinge, die mir passieren, deshalb schlimm sind, weil sie mich auch entmenschlichen. Ja, also das, ja, das verstehe ich. Ich dachte nur, also das, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich es schade finde, dass wir diese Dinge mit einem Prädikat wie Kindlichkeit in Verbindung bringen, weil Kindlichkeit eigentlich nochmal etwas komplett anderes ist und etwas komplett Legitimes und auch etwas meiner Ansicht nach Darstellungswürdiges und Lernprozesse etwas Darstellungswürdiges sind und ich es halt schade finde, wenn das dann auch in unmenschlich, also ich meine, generell sollte weder Asexualität noch Aromantik noch das Spektrum noch irgendwelche anderen Spektren, über die wir uns gerade unterhalten, als unmenschlich dargestellt werden oder die Person abgesprochen zu werden, aber ich finde, dass dann daneben Kindlichkeit auch noch negativ besetzt ist und dass das Wort ist, das wir dafür verwenden, auch noch, das finde ich irgendwie persönlich bedenklich, einfach, weil es für mich ganz eindeutig einen Platz hat, wo Entmenschlichungen und dass die Aberkennung vom Personsein für mich keinen Platz hat. Kindern wird ja auch ganz viel abgesprochen, de facto, und das möchte ich ganz ungern unterstützen, persönlich. Eine, das ich da interessant finde, ist, dass die Verbindung der Eigenschaften jeweils die anderen zum Entmenschlichen eingesetzt wird. Ja. Jede wird für sich selber entmenschlicht und zusammen werden sie noch mehr gegenseitig entmenschlicht. Das ist auch einen gewissen Sinne eine Gegeneinander-Aufspieltaktik. Ja, voll. Kriege ich manchmal das Gefühl, weil gerade bei so Sachen wie, ich sage jetzt Autismus und Ace als Person, die eines ist und das andere nicht, es ist sehr schwer auszudrücken, dass die zwei Sachen teilweise entmenschlichend ist als etwas, dass die miteinander in Verbindung gebracht werden, ohne zu sagen, dass das andere negativ ist. Ja, das stimmt. Und dass es trotzdem zusammen vorkommt und das auch in Ordnung ist und auch das ein Menschsein ist. Ich glaube, es greift einfach zu kurz, immer zu sagen, zum Beispiel, auch aromantische Menschen können lieben. Nicht alle. Ja, genau. Genau. Und das dann als das grundlegende menschliche Kriterium gesehen werden, sondern Menschen sind Menschen und haben verschiedene Eigenschaften. Ich finde da auch spannend, weil es ein bisschen auch wieder den Bogen schlägt, wenn wir über dieses Kindliche sprechen und dieses Fragen und Fragen dürfen und über Fremde sprechen können und eben dieses, dass man in einem Lernprozess drin ist, das kommt ein Stück weit wieder auch zurück auf, was du, Finn, über Pride and Prejudice erzählst, dass wir da einen Charakter haben, der effektiv lernt von dem, was ihm gesagt wird. Ich glaube, das habe ich erzählt. Ja, das hat Sal erzählt. Ich wollte nur gerade noch sagen, es ist vielleicht, vielleicht sollten wir anfangen, nicht zu sagen, das sind Charaktereigenschaften, also XYZ und eine Person, die XYZ hat, ist menschlich oder das ist das Kriterium für Menschlichkeit, sondern vielleicht sollten wir mal Menschen anschauen, zu schauen, was ist unser Ausgangsmaterial und dann zu sagen, das sind Menschen. Und genau, und zu sagen, und uns dafür zu interessieren, wie vielfältig wir sind und wie wir dann in dieser Vielfalt auch zusammenleben können und zusammen respektvoll leben können, ohne dass mein Anderssein und dein Anderssein irgendwie jemanden von uns entmenschlicht oder zu etwas weniger macht oder auch mich in meiner Menschlichkeit herausfordert. Was ja auch etwas ist, wo du es sagst, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass Star Trek dir da total viel gebracht hat. Absolut. Also überhaupt eben irgendwie ausserhalb der engen Familie mal eine Situation zu sehen, wo es in Ordnung war oder wo eine Welt gezeichnet wird, wo es in Ordnung ist oder eine Welt gezeichnet wird, die damit leben kann und damit positiv umgehen kann, dass das ganz, ganz viel Vielfalt ist und möglichst oder alle denkbaren Möglichkeiten der Verschiedenheit, dass die zusammen gut funktionieren können. Und darin wird natürlich dann auch wieder thematisiert, was ist da, wo es eben nicht funktioniert oder wo wird es schwierig und das wird thematisiert. Und ich glaube, das hat da im Zusammenhang mit dieser Serie oder den Geschichten, die darin erzählt wurden, jetzt über das ganze Franchise hinweg, wurden so viele Dinge angesprochen, die eine hohe Relevanz für meinen eigenen Alltag hatten und für meine Art und Weise auf die Welt zu sehen und auch eine Hoffnung zu haben, dass es eben möglich ist, dass wir die in Verschiedenheit auch zusammenleben können. Jetzt sind wir wieder bei der Lexikon-Rubrik angelangt und ja, ich mache heute die Lexikon-Rubrik und nicht die Kulturecke und zwar bringe ich euch heute das Wort Ambiguitätstoleranz mit. Also grundsätzlich ist Ambiguitätstoleranz die Fähigkeit eines Menschen oder einer Person mit widersprüchlichen Anweisungen, Eindrücken, auch Unterschieden umzugehen, mit fremden Dingen umzugehen, auch mit Unsicherheiten und Ungewissheit, zum Beispiel auch mit kulturellen Unterschieden und schwer verständlichen Dingen. Und diese Fähigkeit beinhaltet dann quasi, dass erstmal ein Raum eröffnet wird, in dem Fremdes oder Unverständliches oder Ungewisses nicht gleich als negativ oder auch als vorbehaltlos positiv gewertet wird. Also es wird quasi ein Raum geschaffen, dem wirklich zu begegnen, ohne direkte Bewertung. Ambiguitätstoleranz ist jetzt keine angeborene Fähigkeit, sondern jede Person kann das quasi lernen und trainieren. Aber es ist auch sehr wichtig, wie, also Erlebnisse in der frühen Kindheit spielen da auch eine wichtige Rolle. Also wenn ein Mensch früh lernt, dass Ungewissheit einfach ein Teil des Lebens ist und kein immer negatives Ding, dann wird es leichter, Ambiguitätstoleranz zu entwickeln. Das kann aber auch in jedem Alter dann noch trotzdem trainiert werden, auch wenn es schwieriger ist, so wie viele andere Dinge. Studien zeigen aber auch, dass auch unter Erwachsenen Ambiguitätstoleranz teilweise nicht so gut ausgeprägt ist. Und warum stelle ich euch das Wort jetzt vor? Einerseits, weil es, wir hatten über Contest Claims gesprochen und ich finde das da auch sehr wichtig und andererseits ist es halt in der, oder meiner Ansicht nach, für die queere Community sehr wichtig oder im Umgang zwischen unterschiedlichen Communities auch. Es ist wichtig, dass Ambiguitätstoleranz queeren Personen entgegengebracht wird und eben Ungewissheit und vielleicht auch nicht direktes Verständnis ausgehalten wird. Aber es ist auch wichtig, dass queere Personen eine gewisse Ambiguitätstoleranz haben im Umgang mit der Außenwelt, mit anderen und auch untereinander oder mit unterschiedlichen Communities und innerhalb von Communities mit unterschiedlichen Zugängen. Also gut, ich mache heute zum ersten Mal die Kulturecke. Juhu. Und ich würde euch heute gerne das Buch Good Omens von Neil Gaiman und Terry Pratchett vorstellen. Und das ist ein Buch, wo es, finde ich, viele Headcanons in Bezug auf die Figuren Crowley und Aziraphale gibt, die oft als in einer queer-platonischen Beziehung oder Ace und Arrow gehadkennend werden. Unter anderem. Es gibt noch mehr Headcanons. Im Buch, da gibt es dafür mehrere Hinweise. Zum Beispiel Angels are sexless unless they specifically make an effort. Das lässt sich auch sehr gut als Trans-Headcanon oder als Non-Binary-Headcanon lesen. Und der Autor, der noch lebt, Neil Gaiman, unterstützt die Headcanons auch und hat auch gemeint, ja, einer der Gründe, warum er nicht sagt, dass sie gay sind, ist, dass sie auch, dass man vielleicht nicht die Möglichkeit ausschließen sollte, dass sie Trans-, Asexuell oder A sind. Wobei man hier dazu sagen muss, natürlich schließt sich das mit Schwulsein auch nicht aus. Es ist ein sehr amüsantes Buch. Es ist vor allem ein sehr amüsantes Buch, wenn man die Bibel und die 90er-Jahre kennt. Es gibt eine Serie dazu. Die Serie kenne ich nicht. Sie soll angeblich gut sein. Lass das Leute beurteilen, die tatsächlich Serien schauen können. Und ja. Ja, sehr cool. Lest alle Good Omens. Und ich möchte euch auch noch kurz einen Artikel vorstellen. Und zwar hat er den Titel Watching Shadow and Bone Portray Asexual Love Portray Asexual Love is an Euphoric Vibe. Ist a Euphoric Vibe. Und da schreibt die Autorin über ihren persönlichen Headcanon. Also Cass Brecker, wie auch immer es ausspricht, aus Shadow and Bone. und darüber, warum das wichtig ist, warum sie ihn als asexuell liest oder sieht oder interpretiert. Und ja, es fand ich auch einen sehr schönen Artikel über ein Beispiel oder über Headcanon generell. Und möchte ich euch ans Herz legen, mal zu lesen, sofern ihr einen englischen Artikel lesen möchtet. Ich darf heute die Reflexionsfrage stellen. So, was nehmen wir aus der Folge mit? Also ich nehme vor allem aus unserer Diskussion mit, dass ich irgendwie noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, so die Graubereiche. und dass da wahrscheinlich auch noch so was fehlt, dass ich da gewisse Vorurteile auch habe und dass ich mich damit sehr stark noch oder dass ich da einfach gerne noch mehr reinschauen möchte und auch von euch und von der Community noch mehr darüber lernen, was es da für Figuren gibt, wie man die Figuren auch lesen kann. Das war für mich heute sehr spannend auch von euch, Fynn und Zahl zu hören, wo das nochmal ganz neue Inputs gegeben hat. Wie ist das bei dir, Sal? Also ich glaube, ich nehme mir mit, wie wichtig einerseits natürlich Canon-Repräsentation ist, aber andererseits auch tatsächlich Ambiguitäten und Raum für Ambiguitäten. Also dass es den Raum gibt, da etwas in Charaktere hinein zu interpretieren und auch, dass Sachen nicht eindeutig sind. Das hängt vielleicht auch gerade mit dem zusammen, was du gesagt hast, den Graubereich, dass es Platz für eine etwas andere Art von Graubereich gibt und natürlich auch für Leute auf dem Graubereich sich da rein zu interpretieren. Fynn? Ja, also ich meine, ich nehme einerseits auch mit, dass eben wie, dadurch, dass wir darüber geredet haben, wie viele unterschiedliche Wichtigkeit an Repräsentation und auch Headcannons haben können und welche Funktion auch in Sachen Diversität, dass da, wenn es, dass wir da auch noch viel mehr Canon-Repräsentation bräuchten, weil die ja dann noch einmal mehr Diversität auch repräsentiert und Umgang mit Diversität, denke ich, und auch aus anderen Gründen. Und bevor mir was eingefallen ist, hat das liebe Team für mich entschieden, ich soll da erstens mehr Terry Pratchett lesen, zweitens Pride and Prejudice auf meiner Leseliste nach vorne schieben, Gersal? Und drittens hat liebes Team mit mir entschieden, dass ich mit lieben Team Star Trek schauen soll? Okay, ich denke, ja, ich freue mich. Ja, und hiermit sind wir am Ende unserer Folge angelangt und mir bleibt noch mich abschließend zu bedanken, im Vorbereitungsteam war außer mir, Sal und Gätz auch noch Suri dabei, Schattenredaktion, also unsere Unterstützung im Hintergrund bei der Aufnahme waren Suri und Noah und Suri wird auch die Folge schneiden. Dankeschön. Ja, jetzt bleibt mir noch euch zur Rückmeldung und Diskussion aufzurufen. Lob, Kritik, Beschwerden, Anregungen, Ideen für neue Folgen, bitte an uns. Außerdem möchte ich euch aufrufen, uns auch eure Headcanons zu schicken, also vor allem eure Aceback Headcanons und die uns nicht nur zu schicken, sondern auch auf Social Media und auf dem Blogpost auf unserer Website in die Kommentare zu schreiben, damit nicht nur wir, sondern auch andere Leute sich inspirieren lassen können und ihr euch von anderen Leuten inspirieren lassen könnt und besonders möchte ich da auch Personen im Graubereich oder auch Personen mit Aceback-Identitäten, die wir heute nicht weiter behandelt haben oder auf die wir nicht so eingegangen sind, dazu auffordern, weil diese Identitäten auch von Headcanons profitieren können. Genau, und ihr könnt dann auch noch dazu schreiben, nicht nur wer der Headcanon, also welcher Charakter euer Headcanon ist, sondern auch warum und was euch dieser Charakter bedeutet, wenn ihr wollt. Genau, wo könnt ihr das jetzt alles machen? Ihr findet uns auf unserer Website inspektren.eu auf Instagram unter inspektren-podcast, außerdem haben wir Twitter, Facebook und eine E-Mail-Adresse inspektren-at-gmx.net und einen YouTube-Channel, das ist aber alles auch in den Shownotes verlinkt und ihr findet uns auch auf dem Aceback German Discord-Server, wo ihr euch auch mit uns in Kontakt treten und euch mit uns unterhalten könnt. Ja, und das war's dann auch schon. Ich sage Tschüss! 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 So! Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017